Jawoll! Sehr gut! Oh, ist dunkel hier! Wie macht mein Licht an? Was? L Ja, wo ist denn das Loch? Ach da oben irgendwo Warum ist das jetzt? Warum leuchtet einer? Weil ich das schon kann Cool! Licht wie kann man springen mit Leertraste einfach damit ist deaktiviert glaube ich wenn ich das immer richtig gesehen habe ansonsten wäre es okay ja ist deaktiviert ist Leertraste ich nicht na 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 rolle auch wieso schubst du mich da weg du lockst im weg vorsichtig Freundchen kann ich dafür wenn du so eine kugel bist keine ahnung wieso ist da Gelächter weiß ich nicht aber er hat diese Schneescheiße hier das ist aber gemein da oben in die netze ich hab mich denn geschossen hör doch mal auf mich weg zu schubsen hier ist ja schlimm oh leck das ist so unfair ich wollte gerade aha oh nein oh geht besser als gedauert was ist das oh Gott gedacht hui ist gedacht äh was geht der zu ruhig was darf ich sein was viel zu viel Schwung mit dem Boot noch ne Anlauf das ist aber ne schöne Map so leicht war das oh das Ziel ist echt vor dir ja 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 das ist äh ich hab's dann auch gesehen gehabt ich war mir ein bisschen unsicher es ist doch nicht so einfach zu treffen ach komm das gibt keinen nein das schaffen wir wieder mal nicht wieso drüber oder drunter oh doch ich hab's geschafft ah das kann noch ein paar Stunden dauern ich bleu ne die Schläge hast du nicht mehr ne 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 also so lange dauern wir haben es eh nur 15 zu stellen ich krieg jetzt nicht hin du musst ja zwischen durch na geht doch warum nicht gleich so ja jetzt haben wir beim ersten Mal gemacht ne 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 es ist ja auch eine Pilde das finde ich aber nämlich oh oh ich hab's gar nicht verkauft oh ich hab's gar nicht kaputt kein einer nein 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 ohohohoi warum musst du mir dieses Spiel vorschlagen das haben wir nicht vorgeschlagen geschlagen. Heißt du, Kurt? Mann, lass doch mal meine Kugel in Ruhe. Ui! Komm, 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 komm. Da fühlt sich doch sonst in Ruhe. Was los, Kinder? Wieso? Ich habe die Falschrichtung geschlagen. Auch nicht schlecht, oder? Ach, Manno. Wer hat denn so Zähne hinter sich her? Ich? Warum? Warum nicht? Der andere versteht darüber, versperrt uns zur Sicht. Das ist viel, viel schlimmer. Was? Schutzt mal ganz kurz die Gunst der Stunde. Boah, ja, ja, ja. Tschüss. Oh, nein. Hast du so früh gefreut, Kurt, was? Echt mal, ey. Ja. Dann leck mich doch im Arsch. Nein, nein, jetzt nicht. Nicht mal den Schokoladen. Das Spiel macht mich aggressiv. Mann. Mich nicht, ich bin schon aggressiv. Ja, das wusste ich. Grundstimmung, oder? Och, Mann, oh. Jetzt bleiben wir mal da oben. Und tschüss. Na, endlich. Ja, nur zu, hat's kurz gedauert. Ja, nur zu, hat's kurz gedauert. So, jetzt aber. Ja, nur zu, hat's kurz gedauert. So, jetzt aber. Jetzt hab ich vorsichtig gemacht. Oh, nein. Ich kenn die Probleme, ich hab die selben Probleme auch grad gehabt. Oh, nein. Ja, ich glaub, du hast ja rausgeschlagen. Ja, ich bin so frei. Ich bin halt ein Kavalier. Du bist halt frei. Boah, wie's. Danke, noch ein Stückchen höher, ja. Ups. Das dauert aber lange. Ach, du heilige. Wo muss man denn da überhaupt hin, dahinter? In der Schloss, oder was? Doch, grad gucken. Nein. Ach, du scheiße. Auf müssen wir. Ja, supi. Ist gar nicht mal so einfach, ne? Ja. Oh, bin drüber. Ach, sehr gut. Auf. Ach, du scheiße. Auf müssen wir. Oh, ich bin im Bein. Nein. Der war gut. Scheiße. Hm. Geh weg, hau ab. Geh weg, hau du ab. Wo muss man denn da überhaupt hin, mein Gott? Nein, 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 nein. Na, na, na. Ja, 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 ja. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht rübergehst. Ach, da, in der Mitte. Mich sucht das die ganze Zeit. Oh, jawoll. Du setzt doch keiner wohin. Ja, ja, ja. Ich bin drüber geflogen. Ja, ich hab's auch geschafft. Boah, da kommt direkt in die Mitte rein. Das ist aber ne schöne Map. Die finde ich dumm. Nein. Sehr gut. Ui. Da konnte ich selber nichts für. Entschuldigung. Guck mal, ich bin wieder Erster. Das ist so. Au. Das war aber fies. Aber das macht Spaß. Die Maps sind cool. Vielen Dank daran, R. Raful. Wo macht das dir Spaß, bitte? Also, ich find die cool. Was ist das denn jetzt? Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist ein bisschen roh. Blödes Mogu. Ähm. Jetzt muss man da oben drauf liegen bleiben. Ja, das ist ja interessant. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt einmal im Kreis. Ach so, ich dachte ich jetzt geschafft. Ja, ich dachte auch gedacht, ich hätte es geschafft. Da hat sie weggekickt. Oh nein. Warum geht das zurück? Ich war richtig. Ja, ich hab's nicht geschnallt. Ich hab nicht mehr da oben hoch. Wo muss ich denn hin? Oh Gott, wir waren richtig. Ja, waren wir auch. Ich dachte, es geht da wieder zurück. Ja, hab ich auch gedacht. Wo geht's denn da weiter? Ja, hier. In der Mitte einfach. Echt? Ich versuche immer wieder da oben zu kommen. Ja. Gehst du da oben noch? Was? Wie geil, ey. Das ist doch nix. Das war bei mir aber auch ganz so. Ich wollte auch wieder hoch. Ich dachte, ich bin einmal aus dem Rumpen. Nee, nee. Ich bin nur die Bahn links lang und bin direkt hinten beim Ziel wieder rausgekommen. Ach, die Klappe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist das schönste Wort, ne? Rechts oder links? Ist egal, oder? Ich glaub, ist egal. Genau, ist egal. Der rollt eh wieder zurück. So bin ich drin. Geil. Rechts oder links? In dem Fall macht's eh, macht's sowieso keinen Unterschied. Ähm, was ist mit dem Chat los? Wieso kommt der andauernd willkommen im Chat? Bei mir kommt das nicht. Bei mir kommt der andauernd. Bei mir auch nicht. Wir wollen wir auch nicht im Stream. Oh. Böser Chat. Ha. Ja, das seh ich. Toll. Aber sonst. Böser Nasko. Ja, da werden schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal bekommen im Chat. Hast du gesehen, wie es geht? Aber es könnte sein liegen, dass du eine Vorbereitung aktivierst hast. Ach so, okay. Ach so, okay. Na gut, ne Scheiße drauf. Was hast du aktiviert? VPN. Ach so. Ja, wie kannst du auch? Ja, aus Sicherheitsgründen, ne? Ja, ne, ich kann's verstehen. Nach dem, was mir heute passiert, das reicht's, ne? Ja. Oh, Kacke. Glaub ich. Nein! Verpiss dich! Wer redest du mit mir? Ich! Oh nein, nein! Hey! Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Ich schlag einfach mal drauf los. Das ist mir mal mehr aggressiv. Oh, ist das schön. Irgendeiner hat's weggeschubst. Jawoll! Ich weiß nicht, also alles gut. Oh nein. Oh, geh weg von meinem Popo. Wett, wett, wett! Glaub ich bin hier falsch. Na, roll nur ein Stück. Ob hier soll mal nicht runterfallen? Ja, jetzt bist du am Anfang. Mhm. Hey, hallo, warum? Oh, scheiße. Die mit ein bisschen mehr Kraft durch den Wasser fallen. Ein bisschen mehr Kraft? Okay. Oh, oh, oh. Nein! Nein! Mehrkraft nicht gut! Oh, knapp wieder. Ich hab Schwein gehabt, ich hab Schwein gehabt, ich hab Schwein gehabt. Ach, scheiße. Ja, aber nein! Ist die Sache mit der Dessel? Wie heißt du eigentlich? Texor? Texor, Texor. Mann! Heißt Manfred? Nein, nicht wirklich, aber ich sag's trotzdem gerne. Manfred. Manfred auch. Manfred. Ich bin der Clown. Da! Hab ich's geschafft? Boah, du gehst zurück? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich schieß doch einfach nur drauf, lass mich ruhig. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab mich verlaufen. Wo? Wieder das Falsche. Oh nein. Limit erreicht. Jetzt kriegt Kurt das ganze Karma zurück. Find ich sehr gut. Karma Chameleon. Karma Chameleon hier. Äh. Einfach mal schlagen, wa? Einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, guck doch einfach mal, bevor ihr einfach... Wo das geht. Nein, wem hat das einfach. Ich mach das mal vor. Machst du das, Kurt? Ja. Jawoll. Komm, 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 komm. War ne leichte... Das ist richtig, wenn ich da runterfalle, ne? Äh, ja. Sieht richtig aus. Ähm, geh mal weg da, bitte. Danke. Danke. Ne, ist nicht gut, wenn man da runterfallt. Nein, das ist falsch. Echt? Ja. Liegt da durch? Oh, danke. Alles geht's auch falsch. Ey, wir können ja wenigstens sehen, was falsch ist. Ah, ja. War das von der Map? Map, Map, Map? Geh weg! Von der Map. Map, Map. Oh, was ist das? Wir sind eigentlich immer alle im Weg, oder? Ja, guck mal, ich jetzt auch. Da liegt das Lauch. Der Kartenersteller, Errad wohl. Wo ist es Lauch? Hallo, Kartenersteller. Aber wie lange ist das noch hier? Oh, nein, 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 nein. Oh, nö, nö. Oh, komm. Oh, das ist aber cool. Ich hab doch Glück gehabt jetzt. Ach, da, jetzt will ich. Oh, das ist Booster. Schnauzefeuer. Kannst dich ruhig in den Booster reingeben. Los, in den Booster. Der ist sehr italienisch. Ja, der ist echt der herrliche Booster. Korte, musst du den Booster? Nee, nee. Ich bin schon längst... Ja, geh rein rein, los! Boah! Der ist alle auch Booster, du meinst. Ich bin da die ganze Zeit schon. Ohhhh. Der ist aber hinterfotzig. Ja. Er versucht daran vorbeizuspielen. So wie ich. Oder ich. Verstel. Oder alle anderen. Ja. 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 Oh Mann. Boah, ich spiel nicht mehr mit. Geht weg. Nicht zu doll machen, am besten. Oh. Nein! Oh Gott. Mank de Böhm hier, oder was? Wo müssen wir denn hin? Da hat jemand nicht verstanden, wie man die Dinge aufstellt hat. Der Looping hoch. Ja, das ist wohl nicht zu einfach. Ah, versteht. Allerdings nicht zu fest, sonst fliegst du auch wieder raus. Oh, okay. Jetzt hat mich einer geschubst, netterweise. Oh, da lag was im Weg. Ähm, ja. Könnt ihr mal alle weggehen? Nein! Geht doch. Ist wohl runter geschubst. Oh Gott. Gott kennt hier oben. Das ist voll gemein. So, nur hier flippern, oder was? Nein! Das reicht. Wo ist denn das Loch? Ach, da hinten? Stopp, 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 stopp. Oh! Geht weg, komm. Geht weg. Wo ist das dann? Hallo? Ja, was macht ihr hier? Ja, du musst F flippen. Ja. Schuuu. Wo ist das Loch? Ja, weil das dein letzter Punkt. Hab ich's geschafft? Ja, du älgster. Du bist da festgepackt. Komm nicht weg, der ist festgepackt. Ja, du bist da festgepackt. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, weil du dich wieder an dieselbe Stelle legst. Wo musst du hin? Ja, super, ey. Der steht blöd fertig. Jetzt bin ich... Boah. Du musst ja jetzt wieder runter das Ding, ne? Oh, leck. Nee, ne? Du hast mich hier in die Ecke gedrängt. Ich will nur sagen, ich hab das schon geschafft. Ja, ja, komm, ich shoot jetzt. Wo landet der denn? Leck mich doch. Wer hat den Pilz hier oben hingestellt. Ja. Hast du gescheit? Oh, ich hab's gescheit. Oh, ich hab's gescheit. Toll. Oh, ich hab's gescheit. Cool, ich hab's gescheit. Nein, du warst richtig. Und wieso bin ich wieder hier oben? Du brauchst mehr Schwung. Du musst in das Netz da unten rein. Du musst auch ordentlich Schwung nehmen. Kaka ran out of trockes. Hab ich doch grad gesagt. Ja, ja, jetzt, nachdem ich da 10... Ja, ich hab eh 10 Schler gefahren. Ein paar Beutel, weil ich da oben weg kann. Bildet ja gar nicht noch mal. Hallo? So, wo schlagen die alle hin? Überall. Ja. Nein, 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 nein. Oh, na, mach halt. Na, bleib. Oh, 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 oh. Ich muss wieder rein. Hinten oder vorne? Oh, oh, oh. Ich muss erst mal bald hinten gehen. Oh, nee, ne? Komm ich jetzt... Ich muss da runter sogar. Ja, wir müssen da runter. Wir müssen da runter? Ja, okay. Ich dachte, ich dürfte nicht da runter, ja? Ich glaub nicht, dass wir da runter sollen. Doch, doch. Doch, doch, doch. Ah, okay. Nein, aber nicht so weit runter. Und jetzt? Ich hab die Gegend ganz unten erkundet. Schön. Kommt mal hinten. Kommt mal nach hier. Oh, oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn da rüber jetzt? Das versteh ich nicht. Und jetzt? Keine Ahnung. Was ist denn das für Scheiß? Da freust du dich. Jetzt geht er rein oder was? Jetzt geht er aber ab, ey. Ach, das geht ganz einfach. Oh nein. Er hat die Klappe. Er könnte halt alle nicht mit mir mithalten. Einfach nur hoch? Du guckst die große Töne. Egal wo, ne? Ich möchte ja nicht so professionell spielen, weil ansonsten wird dir alle so traurig sein. Du bist auf dem vorletzten Platz, ne? Ja, das mach ich, damit ihr nicht so traurig seid. Ja, die will gleich wieder aufholen. Du hast momentan 99 Schläge. Ja, das ist, damit ihr nicht so traurig seid. Ich hab's auch geschafft. Sie denkt einfach nur, der mit den meisten Schlägen gewinnt. Das stimmt ja auch. Ich hab die meisten Punkte. Ihr versteht das alle noch nicht. Da kann ich nichts für. Hast du die meisten Punkte, Kurt? Nee, das kann nicht sein. Jetzt hat Kurt. Ja, mach ich doch. Guck mal, ich hab nur 30 weniger als der erstplatzierte. Also ich? Ja. Wow, wo bin ich denn? Boah, die anderen kommen ins Wasser und die schlagen in den Wald, weißt du? Hab ich auch gemacht. Ja. Ich guck mir das ja immer erst an, bevor ich Schott mache. Ich auch. Das ist ein Trigger der Sache. Ja, ja. Funktioniert nur nicht. Deswegen bist du auch der erste, der weg ist. Kurt. Bin er schon von hinten? Nein, nein. Komm, bleib liegen. So, guck mal. Geh weg, geh weg, geh weg! Hör mal! Ach, jetzt geht's mal wieder. Das geht sogar mal ab. Hör mal! Geh weg, Char. Schieiße, ey. Wer hat denn gekuschelt? Jetzt kommt mal ein Spezialschlag. Jetzt kommt für... Nein! Jetzt kommt mal ein Spezialschlag. Mein Spezialschlag ist... Lass mich doch alle in Ruhe. Hold up. Hör mal. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Und dabei hast du Paule. Der war zu schwach, Kurt. Ja, Bioll. Der war zu schwach, Kurt. Das ist doch nicht wahr. Der war gut, Kurt. So. Können wir den Kommentator ausschalten? Nein. Ich bin schon runtergerutscht jetzt hier. So, jetzt mach ich mal ein O and One. Mach mal. Ja. Hör doch zu schopfen und geh weg. Aua. Rollst du auch zurück? Ja, ja. Ich hab uns so fest drauf geholzt. Oh, nein. Oh, fast. Das wär gut. Oh, da geht der mal rum. Oh, shit. Könnt der fast abkürzen. Ich geh da jetzt mal rum. Ja, kurz. Ja. Der wäre doch nicht. Wie unfair. Ach, Mann. Ja, aber sowas von. Häuft. Ja, aber nur wohin ist das Problem, ne? Keine Ahnung. Ja, aber mir nicht. Da ist bei mir eher rückwärts. Da ist wieder da unten auf der Bahn gelandet. Nee, du bist am Ziel kurz. Ja. Hallo, Jacks da. Ja. Ah. Ich würd schon sagen, ich hab das schon fertig. Ich komm mal vorbei gerollt. Stimme aus dem Hintergrund. Oh. Wegen Donuts. Guck mal, du hast es auch geschafft. Naja, geschafft noch nicht. Oh, ich hab ein Secret Ending gefunden. Okay. Sehr geil. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Ich bin grad ins Ziel ohne hier unten angekommen zu sein. Oh, da hast du 15 Schläge voll. Peter. Nee, ich hatte neun. Okay. Du? Ach, ihr mal. Guck mir das schmaler. Ja. Ähm. Ah, okay, okay. Rekord. Nein! Hey! Mach die Mauer da weg. Die Mauer muss weg. Oh, das war zu schwach. Das war zu schwach. Der hat mich geschubst. Ich glaub, das war ich. Oi! Da hat plötzlich eine Kugel im Weg. Und schon wieder. Manu. Da hinten ist das Loch. Nein, nein! Wo soll sie da oben gehen? Oh, ist das fies, ey. Oh, shit. Hä? War das jetzt richtig? Sind alle am Tauchen, oder was? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Bin ich auf der richtigen Bahn? Ähm, hinter mir hat sich grad ne Wand aufgebaut. Übrigens. Das ist cool. Was? Oh, nein! Ja, schau mal rein da. Bin immer noch am Anfang. Ach, läch mich doch. Das macht mich. Oh, schön verkacken. Ja, ja. So, jetzt aber. Nein! Hurra! Ich hab auch kein Glück. 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 Ich hab auch kein Scheiß jetzt. So. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo? Ist da hinten irgendwo. Dachte ich. Wieder ins Dunkle? Ich brenne, ich brenne. Oh! Das macht aber immer weiter. Hört ja mal auf. Ich meine, der rollt auch immer weiter. Jawoll! Guck mal, so machen wir das. Der ist immer weitergerollt. Das ist unfair, oder? Kita, ey. Ach, unsere Profi-Spielerin. Guck mal. Ja. Oh. Ah, ich bin dritter, verdammt. Scheiße, wie kann man nur so schlecht sein? Ich hätte am Anfang 15 mal F drücken können. Jetzt wäre es auch selber rausgekommen. Nein. Huch, was war ich da? Paulin-One. Was? Was? Das sind auch noch viele da vorne. Echt? Ja. Pole-One. Ich hab zumindest draufgekommen. Nur viele nicht. Ich auch nicht. Ach, das war auch nicht. Ein Stück. Eins davon wird man auch noch bekreffen können. Ihr seid nicht die einzigen beiden ohne Pole-One. Pole-One. Pole-In-Five. 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 Und Mo? Schon da? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Alles schießen sie blind drauf. Keiner weiß wohin, weißt du. Ich bin richtig hier. Das sehe ich schon. Ich sehe ja auch alles. Oh, ist mir wärm. Wir haben uns wieder die... Wir haben fast die 31-Grad-Marke geknackt. Pole-In-One. Ja, komm. Ich glaub, wir liegen irgendwie alle gleich hier. Oh, scheiße. Wer war das? Scheiße. Oh, der... Mensch. Warte doch. Ist das denn möglich? Yeah. Pole-In-Five. 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 Alter. Seid ihr auch schon da? Aus Versehen. Nein. Der falsche Gang erwischt. Nein. Einmal mit Profi-Spielen, ey. Jetzt muss ich wieder so lange warten. Ist nix, wenn mal gut ist, ey. Er geht doch. Wer flucht denn da? Niemand. So, und da... Zoom. Nein. Huch. Was hast du denn? Keine Ahnung. Aber du hast mich weggekickt. Ja, ich auch. Dann hast du mich weggekickt wahrscheinlich. Nein. Wo hast du mich weggekickt? Wir haben uns wahrscheinlich gegen mich weggekickt. Ach, hab zu lügen. Bleib liegen. Oh, toll. Du Mistball. Oh, komm. Keiner will sich von mir kicken lassen. Alle hauen sie ab. Das kann man jetzt auch... Es kommt irgendwie falsch drüber. Ja, ich wollte das sagen. Wieso kann ich von hier weiterspielen, ey? Ich kriege irgendwie neben der Bahn auf den Steinen, aber keiner weiterkommt. Das ist wieder am Ausruhen, ja? Oha. Shit. Ach, Mann. Jetzt schau ich schnell. Ich bin fertig. Ja, ja. Ist gut. Jawoll. So muss das. Ach, Mann. Ja, guck mal, wo die Kugel liegt, das ist ja unfair. Ich glaube, das ist doch nicht richtig so. Nee, das glaube ich aber auch nicht. Hoch. Aber da muss ich immer wieder hin. Bei mir spackt das Spiel immer rum. Wo hast du denn zurückgesetzt? Ja, sag ich doch. Ich will die ganze Zeit nicht so. Ähm. Okay. Jetzt ist es zu später. Oder hättest du F drücken können? Ach, F. Nee, da kommt der immer wieder hin. Nein. Ich meine, bevor er von dort geschlagen hatte. Hätte er F drücken können. Ach, möchte ich mit eurem F. Was soll ich das dann alles wissen? Der alte Mann. Wie muss man das schreiben per Post? Was passiert, wenn er F drückt? Du wirst dann die letzte Schlag... Nee, der braucht doch die Brieftaube, du. Und jemanden, der mir das vorliest. Ja. Ach, wahrscheinlich. Ich hab noch... Ich hab noch... So ein Vorleser, ne? Aber... Ich muss aber da runter. Der Titel passt perfekt, bis einer heult. Ja. Okay. Drück R. Nein, ich drück jetzt gar nichts. Drück alte 4. Drück R für Rotating. Für Rotating. Rotate mal. Drück L. Drück mal A. Drück mal A. Juhu, A funktioniert jetzt jetzt. So, einen Schlag haben wir noch und dann ist gut. Auf die nächste Bahn direkt. In die nächste Map direkt. Was? Nochmal? Nee, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich hab dich rausgekicken. Ihr Drecks. Ihr Drecks? Ihr was? Nix. Ich bin nichts. Was, was wolltest du sagen? Meine. Ich verstehe dich so schlecht. Nein! Toll. Ich hab ein Secret gefunden. Du hast ein Sixpack gefunden? Bluch. Secret. Ich hab einen Pilz gefunden. Oh, nein. Oh, ist das fies. Oh, Mann. Oh, ja. Wer war das? Oh, nein. Oh, ja. Warte. Nein. Okay. Oh, Gott. Oh, ist das fies, ey. Ist das fies? Das gültet gar nicht. Ich bin schon drin. Ich bin schon drin. Ich bin schon drin. Ich auch. Ich nicht. Wollte ich mal mitgeteilt haben. Ich auch nicht. Oh, leck mich doch. Ich möchte was haben. Ich habe gesehen, was ich meine. Ich habe das Schiebeding eben runtergeschiebt. Du hast das Schiebeding runtergeschiebt. Du hast das Schiebeding runtergeschiebt. Was hast du denn für ein Secret gefunden? Nein, dann Micha hat das Schiebeding. Also, check's her. Du musst quer durch das Schiebeding durchstrickt das Loch. Ja, kann ich jetzt? Geschlecht. Ich komme mal nicht raus. Mal, Micha. Kommen wir nicht durch. Nein, du musst ihn nicht. Ja, aber du bist schlande Scheiße. Na, 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 na. Ja. Ui, ui, ui. An der Seite. An der Seite, wo diese beiden Steinchen waren. Da war unten an der Map. Warte, äh, äh, geheimen Looping-Dingens. Ah, okay. Du schießt da viel zu schnell durch. Du musst halt uns langsam einfach nur drüber öffnen. Du brauchst den Looping nicht mitnehmen. Ja, aber warum schießt du immer so stark? Du brauchst den Looping nicht mitnehmen. Ja, also, was machst du da? Was, wer, 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 wer? Ich hab den Looping auch abgekürzt. Lass ihn machen. Lass ihn machen, lass ihn machen. Guck mal, wie er schreibt auf Bortex Schuld. Wie er alle anderen Schuld gibt dir. Komm, 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 ja, jawoll. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Wenn ich spiele. Ja, wir mischen uns nicht alle. Weil du es falsch machst. Backseat Gaming nennt man das. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich muss dir erklären, wie du zu spielen hast. Aha. Jetzt darfst du nicht Hehl schlagen. Nur ganz kleine Schläge. Immer nur so antippen. Ja, genau so, ne? Ja, genau so, ne? Ja, genau so, ne? Ach, guck mal in dem Fass. Das ist auch ein Ziel. Ja, das ist ein Secret. Ja, ja. Das hab ich's gesehen. Das war der letzte. Ja, jetzt hab ich auch's gesehen. Aber zu spät. Boah. Ja, verdammt viel Job, oder? Oha, oha, okay. Kann es sein, dass ich hier nur im Kreis schlage? Nein, nein. Ja. Das kann sein, ja. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Muss man da runter, oder was? Ja. Hoch. Hoch. Stratzt ihm doch nicht. Das ist ne Rampe. Ach, geht auch den Weg hoch. Die Restrampe. Vor dem Pfeil ist ne Rampe. Da geht's hoch. Hab ich gar nicht gesehen. Das hat irgendwo hochgehen. Du hast jetzt 25 Mal im Kreis geschlagen. Ich hab ein Birdie gemacht. Ja, voll. Ich hab Albatross gemacht. Ich hab's schon mal aufgehangen. Ach, du hast Glück, dass du weggerollt bist. Nein! Schlaf. Lass mich in Ruhe. Hallo Katze. Ich dachte grad unsere Katze wär da. Nein. Da war ne Katze an dem Stein da. Ja, ja. Ich hab's so gesehen gehabt. Aber unsere Katze hängt da auch da hinten in der Ecke. Aber die sieht man nicht. Der hängt unterm Stuhl. Deine Katze hängt da auch am Stein? Ja. Unterm Stuhl hat der sich aufgehangen. Unterm Stuhl hat er sich aufgehangen. Unterm Stuhl hat er sich aufgehangen. Unterm Stuhl aufgehangen, ja. Unterm Stuhl aufgehangen, ja. Hm. So schlimm ist das hier. Das ist ein schlaues, schlimmes Leben sein. Ich wollte heute meinen Mops mit meinem Aus strangalieren. Also von daher strangulieren. Ich glaub ich häng mich auch unter dem Stuhl. Ja. Habt ihr einen Mops? Unter dem Liegestuhl. Ja. Ihr habt einen Mops? Das darfst du nicht sagen. Ach wie geil. Das hast du dir noch nicht erzählt? Nein. Nein. Du hast einen Mops hast doch nicht. Du hast einen Hund da, hast du gesagt. Was ist das? Ich find einen Mops total geil. Der hat gerade geschlagen. Da war Kokos. Ich. Huch. Wieso? Ich auch. Tschüss. Oh. Du bist mir dein Freund einbekommen. Kurt liegt immer nur im Weg rum. Ja. Oh. Ne. Ne. Du rollst genau in dem Moment vor mich. Danke. Ach Mist. Oh. Ach man. Mann sag mich doch mal. Hey. Ich hab gar nichts geschlagen. Oh sehr gut. Ich helfe immer nur allen. Was soll das? Du musst dir erzählen. Ich muss da rumbleiben. Das hilft mir keiner. Ja. Ich wieder reingehen. Bist du da mitten im Feuer rein? Nein. 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 Ja toll. Hier muss was flippern. Was willst du denn hier machen? Verdammte Scheiße. Du musst mal flippern. Du musst denn zwischen Holzstämmen durch. Nein. Ich muss da rüber. Scheiße. Ach du bist du wieder am Anfang oder was? Ne. Was fahren denn hier eigentlich durch? Ich schütte. Danke. Der war zu weit. Ach ich war verkehrt. Ich hab mich gefreut. Nein. Hey. Wo geht die denn hin auf einmal? Jetzt geht aber. Jawohl. Oh. So ein Hochschmeister. So ein Hochschmeister. Das ist Flipper. 15 Fliege habe ich jetzt gebraucht. Das ist doch fies hier. Ich schubs immer alle nur. Ich dachte die ganze Zeit ich wäre richtig. Keiner schubst nicht. Aber dann noch spielen habe ich es gemacht. Na. Nein. Na ich schaff das nicht. Nein. Ich schaff das nicht. Ich schaff das auch nicht. Ich schaff das auch nicht. Entweder bin ich zu fest oder zu. So bin ich rüber. Na komm 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 komm. Oh. Fast. Oh beinahe. Oh ich habe es doch geschafft. Vrantitschen gilt. Ja. Jawohl. Kann man den letzten Endsteller verklagen. Platz zwei. Ich jawohl. Der sagt immer nur das ist die Vortex schuld. Ja. Oh Gott. Oh ich habe einen Hut. Oh ich habe einen Hackebein. Ich habe einen Hackebein. 192. Guck dir das mal an ey. Ich bin so gut. Guck mal. Ich bin Zweite. Ja. Von unten. O M F G. O M F G. Gell weg das Ding.